Guten Tag, mein Name ist Tobias Blöbom und ich werde Ihnen jetzt ein paar Informationen zu dem innovativen Konzept der Firma Homeblog geben. Unser Ziel ist es, dass Sie Ihr Leben auch im Wohnalter weiterhin sicher und sorgenlos genießen können. Homeblog kommt als Armband und als Nanochip. Dieser Nanochip wird zwischen den Rippen in einem harmlosen Eingriff mit örtlicher Betäubung durch den Arzt injiziert. Dieser Chip misst dann rund um die ursämtlichen Vitalparameter, wie den Blutdruck, die Sauerstoffsättigung im Blut, aber auch den Blutzuckerspiegel oder die Herzfrequenz. Aufgrund dieser Vitalparameter, welche essentiell sind, wird dann in der Analyse und Diagnose eraufgestellt. Sollte diese Diagnose aufzeigen, dass eine der Vitalparameter oder mehrere riskant für den Menschen sind, kann ohne Zutun des Anwenders direkt eine Rettungsleitstelle kontaktiert werden. Bezüglich des Rettungswesens geht es uns darum, es so produktiv und effizient wie möglich zu gestalten. Durch genaue telemedizinische Messungen werden Rettungsleitstellen nur dann kontaktiert, wenn es wirklich notwendig ist. Somit sparen Sie zum einen Zeit und zum anderen Geld. Vor Datenmissbrauch sind Sie bei HomeDoc sicher. Ihre anonymisierten Daten werden allein zur Optimierung und Präzisierung Ihrer Diagnose verwendet. Dadurch können Sie sich rundum sicher fühlen. Neben dem Armband können Sie HomeDoc auch auf einem Endgerät benutzen. Sie können Ihre gemessenen Vitaldaten überprüfen, einen Notruf absetzen und sogar neue Notrufnummern hinzufügen.